So Leute, was geht's in meinem Video? Heute ist das Fan-Treffen, das Video. Also heute ist Sonntag für euch und heute ist Samstag für mich. Und wir machen heute dieses Fan-Treffen. Ich warte jetzt gerade auf Henry und Gideon, bis sie ankommen. Es ist nämlich schon 5 vor, 5 vor 5, wo wir uns treffen sollten. Und ich warte jetzt einfach noch, bis die endlich kommen. Ey, es ist so scheißkalt, wie könnt ihr euch vorstellen? Ey, es sind so viele Leute hier, ne? Doch, ey, du musst jetzt einen machen. Mach jetzt einen, komm! Flipp, check! Flipp, check! Daher an! Flipp, check! Scheiße! Wuuuuh! Dann gehen wir ein bisschen an! Ey, als ob jetzt doch alle Videos machen wollen! Hahaha! Aber ey, dann feiert auch mal alle richtig! Und wo jetzt jetzt? Waaaaaah! Jock, was ist da los? So übertrieben, ne? Ey, ich geb jetzt mein Honey weg, glaub ich. Ich glaub, ich geb mir jetzt... Dann mach keine werfen! Ich weiß es nicht! Ey, ey wei ich guological. Ey ey, ey ey, warte, warte, bevor du sagst. Er hat das Game verstanden! Er hat dasagramm! Er hat das richtige an! Boaah, Junge! Junge anoוא einem! Ey, ey, wir machen jetzt einfach diese Verlosung. Natürlich, kein Ding. Auf jeden. Gibt's den Grüßen, ja? Ja. Wen denn? Kira macht einen Idiotentest. Ich grüße Theo und Rico. Also Grüße an euch, ja? Was soll ich machen? Was soll ich machen? Idiotentest. Wollt ich einen Idiotentest sehen, ja? Ja. Dann kommt's vielleicht ja mal. Ey, wir haben hier noch einen. Oh mein Gott, Alter. Was soll ich machen, Mann? Ich weiß es nicht. Sei korrekt, Kiran. Und wer hat wieder Aufruf? Okay. Fübel, fübel. Scheiße, was ist hier los, Alter? Heftig. Junge. Ey, findest du es nicht viele Leute? So wenig hier, Alter. Ey, ich bin so überzeugt. Ey, ich bin so überzeugt. Auf jeden. Kein Ding. Danke auch für den Bulli, ne? Ja, kein Ding. Auf jeden. Du willst noch was in die Kamera sagen, ja? Ja. Warte. Okay, sag an. Danke für den Pullover und ja, mach weiter so. Das sind so viele Leute hier, nur. Es sind so viele Leute, Mann. Ja. Ey, weißt du was ich gerade überlege? Hä? Den Hoodie. Ja, das klingt ja. Geh bitte. Auf Insta. Asaprocky 2.0. Hallo, Film. Was geht? Was geht, Alter? Das ist sauber, Mann. Was geht? Was geht? Was hast du bekommen, Alter? Ich hab keine Ahnung, Mann. Was? Das ist wie krass. Frischwurzeln reden. Heftig. So Leute, ich bin jetzt übrigens jetzt schon zu Hause und ich krieg richtig, wirklich, passt das Kotzen, mein Mikrofon ist einfach so im Arsch und hat wirklich wieder die Hälfte der ganzen Clips einfach nicht aufgenommen. Also die Audiospur ist einfach komplett weg und ey, da krieg ich richtig das Kotzen. Ich muss mir erstmal ein neues Mikrofon holen auf jeden Fall. Erstmal danke, dass ihr alle da wart. Es war richtig, richtig geil der Tag. Ich hoffe, die Leute, die die Pullis gefangen haben, erstmal Grüße an euch alle. Ich hoffe, ihr habt die schon angezogen und die passen euch. Ich würde sagen, die Vlogwoche ist damit auch beendet. Es ist jetzt schon eine Stunde bevor das Video eigentlich online sein soll. Es ist jetzt schon 18 Uhr und ich muss das Video noch irgendwie schneiden. Mal gucken, ob ich es dann bekomme. Aber seht ihr ja dann. Und die Vlogwoche war für uns so ein bisschen stressig. Es war wirklich echt anstrengend, die ganze Zeit jeden Tag zu filmen. Wir mussten ja auch zur Schule gehen weiterhin und die anderen halt zur Arbeit. Das war halt wirklich richtig, richtig, richtig doll stressig, aber es hat trotzdem mal richtig Bock gemacht. Ich hoffe, wir machen das halt nochmal. Irgendwann wird das nochmal auf jeden Fall passieren. Also wenn ihr das machen wollt, dann schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, dass wir halt nochmal so eine Vlogwoche machen. Und lasst mal einen Daumen nach oben da, damit ich weiß, dass die Aktivitäten auch unter euch da sind. Ich würde sagen, checkt auf jeden Fall noch die anderen Vlogs von den anderen ab. Ich hoffe, euch hat der Vlogs so einigermaßen gefallen. Und ja, neues Mikro wird auf jeden Fall bestellt. Krieg richtig so'n Hals, ey. Nee. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns zum nächsten Video. Haut rein. Tschöp. Tschöp. Bis zum nächsten Mal.